Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ja, Lea Tüsk. Nummer 55. Nummer 5, mein Herzriss. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glehm' ege Abonnier' po denne Kanal. Urlaub im Wohnwagen macht uns alle glücklich. Urlaub im Wohnwagen macht uns alle glücklich. Urlaub im Wohnwagen macht uns alle glücklich. Feriencamping wohnen görs alle glädel. Heute kannst du nicht in die Schule gehen. Dein Fieber ist zu hoch. Heute kannst du nicht in die Schule gehen. Dein Fieber ist zu hoch. Du geh'n go'n'schoole day. Din Fieber erfahr' heu'. Zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir stark. Samen erwis derge. Ich soll nicht über Zäune klettern. Ich soll nicht über Zäune klettern. Ich muss nicht über Zäune klettern. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du kommst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du kommst. Dürfen wir die ganze Wand mit Kreide bemalen? Dürfen wir die ganze Wand mit Kreide bemalen? Lass uns durch den Sand rennen. 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 gefunden. Ich habe den gelben Schrank in einem Antiquitätengeschäft gefunden. Ich habe den gelben Schrank in einem Antiquitätengeschäft gefunden. Ich habe den gelben Schrank in einem Antiquitätengeschäft gefunden. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Nun kommen wir da in DEL GENTALSE. Ich sitze auf dem Rücken meines Pferdes. 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 Ich glaube, der Hut ist mir zu groß. 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 Ich habe den Hut wieder an. Du musst nicht in das Rücken meines Pferdes gehen. der hund freut sich der hund freut sich der hund freut sich der hund freut sich hunden äckle sei vorsichtig auf der rolltreppe wer versägt die parole traben am 9. Februar ist der internationale Pizzatag den 9. Februar är den internationale Pizzadag rate mal, was in diesem Päckchen ist was soll ich heute zu Mittag kochen? was soll ich heute zu Mittag kochen? gerösteter Kaffee riecht gut gerösteter Kaffee riecht gut gerösteter Kaffee riecht gut restel Kaffee dufter gut Mein Opa hat Uhren repariert. Mein Opa hat Uhren repariert. Mein bester Fahrrepareruhr. Ich muss Brennholz auf den Lkw laden. Ich habe mir einen neuen Hut gekauft. Ich habe mir einen neuen Hut gekauft. Ist das Patrick, der dort über die Straße läuft? Der Sitzball sorgt dafür, dass ich gerade sitze. Der Sitzball sorgt dafür, dass ich gerade sitze. Der Sitzball sorgt dafür, dass ich gerade sitze. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns 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 das. Und gib uns das. Und gib uns das.